Die kleine Seelsorgerei mit Paul David Tripp Dieses Büchlein trägt den Titel Teens und Sex Wie sollen wir sie lehren? Man muss nicht viel Einblick haben, um sich bezüglich der Kultur, in der unsere Kinder aufwachsen, Sorgen zu machen. Unsere Kinder werden von einer unbiblischen Lebensperspektive stark beeinflusst, ganz besonders im Bereich der Sexualität. Diese Lüge wird unseren Kindern permanent vermittelt, in Teenager-Magazinen, die verdrehte Sexualität darstellen, bis zu freizügigen Sexbildern in MTV-Musikvideos. Als christliche Eltern müssen wir unsere Kinder lehren, durch die lebensverändernden Wahrheiten, diese Fälschungen als das zu enthüllen, was sie sind. Außerdem müssen wir diese Wahrheiten in einer Weise darlegen, die für eine junge Person verständlich ist. Dazu müssen wir als Eltern sicher sein, dass wir ein wahrhaft biblisches Verständnis von Teenagern und Sex haben. Diese Herausforderung steht im Mittelpunkt dieses kleinen Büchleins. Der Zustand unserer Kultur Institutionalisierung sexuellen Götzendienstes Der freizügige sexuelle Zustand unserer Kultur sollte uns nicht überraschen, da er in einer Lebensperspektive verwurzelt ist, die die Anbetung und den Dienst des Schöpfers ausgetauscht hat, mit der Anbetung und dem Dienst der Schöpfung. Diese Sicht des Lebens hält folgende Wahrheiten für selbstverständlich. Erstens Menschen verstehen sich als autonom und sehen sich selbst als das Maß aller Dinge. Das bedeutet, dass nichts wichtiger ist als der Einzelne. Ich bin frei von jeglicher Autorität, der ich nicht folgen will. Zweitens Die höchsten menschlichen Werte und Erfahrungen sind persönliche Zufriedenheit und Vergnügen. Drittens Ich muss ständig darauf achten, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Viertens Die wichtigste Liebe ist die Selbstliebe. Fünftens Je größer das Vergnügen, desto besser. Es gibt ein konstantes Verlangen nach immer größerer Stimulation. Sechstens Das Hier und Jetzt zählt. Es geht hauptsächlich um die Suche nach sofortiger Genugtum. Siebtens Der physische Mensch ist wichtiger als der geistliche. In einer Kultur, die Menschen als vollkommen, Gott als abwesend und Vergnügen als die wertvollste Erfahrung betrachtet, ist es nicht verwunderlich, dass Sexualität zu einer so dominierenden Kraft wird. Sie bietet einen überzeugenden Weg zur sofortigen körperlichen Vergnügen. Das verursacht sowohl eine falsche Anbetung, als auch eine falsche Beziehung. Jeder Bereich in unserer Kultur ist mit einer verzerrten Perspektive der menschlichen Sexualität infiziert. Da dies so ist, brauchen unsere Kinder uns, um dieser Tatsache aktiv und radikal entgegenzuwirken. Der Zustand der Kirche Unterschiedliche Botschaften an unsere Teenager Unglücklicherweise wird unsere Möglichkeit, diesen verzerrten Perspektiven entgegenzuwirken, dadurch behindert, was sich als Doppelwertigkeit der Kirche in Bezug auf Sex bezeichnen möchte. Wir müssen uns dessen bewusst werden, wie diese Tatsache unsere Teenager beeinflusst hat. Was ich damit meine ist, als Christen sagen wir, Sex sei ein besonderes Geschenk von Gott. Doch wir sind eigenartig still in Bezug auf dieses Thema und fühlen uns unwohl in den seltenen Situationen, in denen es besprochen wird. Diese Tatsache führt zu einem fehlenden sexuellen Gleichgewicht, einer fehlenden sexuellen Offenheit, sowie einer fehlenden klaren praktischen Sexualerziehung. Wir tendieren dazu, Sex außerhalb eines normativen christlichen Weltbildes zu platzieren. Ist es da noch verwunderlich, dass der typische Teenager meint, Sex sei für Christen etwas Negatives? Das heißt, dass Christen generell gegen Sex sind. Die Kirche wurde lange Zeit so wahrgenommen und vielen Teenagern geht es mit Sicherheit noch heute so. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen neun und elf Jahre alten Söhnen Pizza essen ging, um mit ihnen über Sex zu reden. Nachdem wir bestellt hatten, eröffnete ich das Gesprächsthema, nahm einen Stift und fing an, auf eine Serviette zu zeichnen. Zuerst waren meine Söhne überrascht, dass ich bereit war, so offen zu reden. Doch dann überlegten sie sich, dass, wenn es mir nicht peinlich war, mit ihnen über Sex zu reden, es für sie auch nicht so sein musste. Es war mein Ziel, diesen Bereich genauso zu behandeln, wie jeden anderen auch, als einen wichtigen Teil der christlichen Welt und Lebensperspektive, den ich ihnen nahe bringen wollte. Ich hatte allen Grund, dieses Thema zu besprechen und keinen, deswegen peinlich berührt oder still zu sein. Warum sind wir Christen so doppeldeutig, wenn es um Sex geht? Warum tendieren wir dazu, unseren Teenagern verwirrende Botschaften zu geben? Es scheint so, als sei diese Doppelwertigkeit in drei biblischen Missverständnissen verwurzelt. 1. Die Kirche hat Sex meistens weniger als gut oder göttlich betrachtet. 2. Wir neigen dazu, Sünde eher physisch oder in Form von Verhalten zu sehen, als es zu einer Frage des Herzens zu machen. 3. Wir tendieren dahin, die Wahl und das Verhalten eines Teenagers als biologisch vorgegeben zu akzeptieren. Wenn die Kirche unbewusst impliziert, dass Sex etwas Negatives ist, dann verliert sie die Autorität, das sexuelle Leben unserer Kinder zu leiten. Teenager werden mit ihren sexuellen Fragen, Ängsten und Erfahrungen nicht zu christlichen Gemeinden kommen. Sie sind mit einer von drei Meinungen auf sich gestellt. 1. Sie können versuchen, mit der peinlich berührten Stille der Kirche zu leben und mit ihren Fragen, Interessen und Erfahrungen alleine fertig zu werden. 2. Sie können zu der Auffassung kommen, Christen hätten weder sexuelle Fragen noch Probleme und beginnen, ihre Beziehung zu ihrem Herrn in Frage zu stellen, wenn sie selbst Fragen und Probleme haben. 3. Sie können dahin gehen, wo es Informationen und offene Diskussionen zu Genüge gibt, nämlich in die Welt. Hier werden sie ihre Fragen stellen können und Antworten bekommen, ganz gleich, wie sehr sie diese einmal bereuen könnten. 4. Wir können diese Doppeldeutigkeit der Kirche nicht zulassen und erlauben, dass die Welt unsere Teenager in diesem oder einem anderen Bereich anleitet. 5. Christen, ob im privaten Bereich oder einer organisierten Kirche, müssen darauf vorbereitet sein, zu handeln, zu erziehen, zu leiten und zu stärken. 6. Ich werde Ihnen noch einen praktischen Plan vorlegen, wie Sie mit Teenagern im sexuellen Bereich umgehen können. Was die Bibel über Teenager sagt Ein Hauptgrund, warum die Kirche im Umgang mit Teenager in diesem Bereich größtenteils uneffektiv ist, ist der, dass wir uns auf eine unbiblische Sichtweise der Pubertät eingelassen haben. Erst kürzlich habe ich auf einer Konferenz gehört, wie jemand dies zum Ausdruck brachte. Wir müssen einfach erwarten, dass unsere Teenager rebellieren. Wir waren alle so. Wir müssen das einfach nur durchstehen, waren die Worte eines Vaters. Seine Frau stimmte dem zu. Mit Hormonen kann man nicht diskutieren. Diese Ansicht sind die meisten gläubigen Eltern in Bezug auf die Teenager-Jahre. Die Frage ist, ist das eine biblische Ansicht? Wenn es um Teenager geht, lassen wir uns nur allzu oft auf ein biologisches Verhaltensmodell ein. Wir bezeichnen unsere Teenager als eine Ansammlung von tobenden, rebellierenden Hormonen, die gefangen sind in einem sich entwickelnden Körper. Unser Ziel besteht darin, diese Hormone irgendwie in Ketten zu legen, damit wir alle überleben können, bis sie 20 sind. Viele Eltern, die mit mir über ihre Teenager sprechen, reden so, als gäbe es keine Hoffnung, weil sie meinen, sie seien Opfer biologischer Triebe, die sie veranlassen, verrückte Dinge zu tun. Im Grunde sagen wir, dass bei dieser Altersspanne weder die Schrift, noch die gute Nachricht, noch Reden etwas bringt. Aber wir dürfen uns mit dieser Wahrnehmung von Teenagern nicht zufrieden geben. Genauso wie in allen anderen Lebensbereichen brauchen wir eine entschiedene biblische Perspektive. In 2. Timotheus 2, Vers 22 ermahnt Paulus Timotheus wie folgt. Dieser interessante Satz spricht die Art und Weise an, wie wir Teenager und die Teenagerjahre sehen. Bemerken wir als erstes, dass die Bibel keinesfalls naiv ist in Bezug auf diesen Lebensabschnitt. Es gibt Begierden, die besonders Jugendlichen das Leben schwer machen. Starke Versuchungen, denen sie gegenüberstehen. Die Schrift drängt uns, folgende Frage zu stellen. Welche schlechten Wünsche können eine Person während dieser Lebensphase fesseln? Wir können eine weitere Sache aus der paulinischen Bezeichnung jugendliche Lüste ableiten, nämlich die, dass jeder Lebensphase ihre ganz eigenen Versuchungen hat. Die Versuchungen des jungen und alten Menschen sind nicht völlig verschieden, aber sie sind auch nicht identisch. Paulus erinnert Timotheus daran, sich bewusst zu machen, wer er ist und wo die Fallen der Versuchung sind. Und noch eine andere Folgerung ergibt sich aus diesem Satz. Teenager wurden nicht auserwählt für besondere Opfer oder Leiden. Jede Person, der es ein Anliegen ist, Gott zu gefallen, muss zu jeder Zeit ihres Lebens aufpassen, um nicht in Versuchung zu geraten. Der Jugendliche wird aufgefordert, den jugendlichen Lüsten zu entfliehen, während die Ältesten berufen sind, wachsam gegenüber den Versuchungen zu sein, die typisch für das Alter sind. Jede Altersgruppe muss sich mit den jeweiligen Phasen im Kampf gegen Versuchungen während des normalen Christenlebens auseinandersetzen. In den ersten sieben Kapiteln der Sprüche wendet sich ein Vater an seinen Sohn und legt ihm detailliert dar, was es bedeutet, sein Leben weise oder unweise zu führen. Er warnt seinen Sohn besonders vor den Versuchungen der Jugend. Dieser Teil der Schrift erarbeitet ein Modell von jugendlichen Kämpfen, das im Kontrast zu dem landläufigen biologischen Modell steht. Diesen Kapiteln können wir fünf typische Charakterzüge junger Leute entnehmen. Erstens Teenager neigen nicht dazu, Weisheit zu schätzen. Meine Teenager kommen am Ende des Tages nicht zu mir und sagen, Mensch, Papa, ich hab mir mal Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, dass es mir furchtbar an Weisheit mangelt. Kann ich mich mal zu deinen Füßen setzen und die Weisheit in Erfahrung bringen, die du in deinen Jahren der Nachfolge erlangt hast? Die meisten von uns wären sicher geschockt über eine solche Bitte. Teenager sind tendenziell verschlossen. Sie neigen zu Selbstverteidigung. Sie mögen es nicht, zurechtgewiesen zu werden und sehnen sich nicht nach Weisheit und Verständnis. Teenager orientieren sich meistens an äußerlichen Dingen und machen sich mehr Gedanken über physische als über geistliche Dinge. Das ist der Grund, warum der Vater aus den Sprüchen seinem Sohn so oft rät, Weisheit zu erlangen. 2. Junge Menschen haben die Tendenz, bei der Wahl ihrer Freunde unweise zu sein. Welche Eltern sind nicht schon zusammengezuckt, als ihr Teenager seinen neuesten und tollsten Freund mit sich nach Hause gebracht hat, der wie ein entflohener Sträfling aussah? Die Eltern bemühen sich, höflich zu sein, während sie denken, ich will nicht, dass du diese Person je wieder siehst. Teenager sind meistens unweise bei der Wahl derjenigen, die ihr Leben beeinflussen. Hinzu kommt, dass sie sich schnell verletzt fühlen, wenn man ihre Freunde kritisiert. 3. Teenager neigen nicht dazu, dem Herzen eine vorrangige Betrachtung zu schenken. Mitten in diesem Abschnitt der Sprüche sagt uns der Autor, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Er sagt seinem Sohn, dass sein Hauptgedanke seinem Herzen gelten sollte, wobei Teenager gerade dies besonders leicht ignorieren. als Vater möchte ich meine Kinder auf die Belange ihrer Herzen aufmerksam machen. Daran sind meine Kinder allerdings wenig interessiert. Als Sünder bringen sie eine natürliche Gesetzlichkeit in unsere Beziehung. Sie wollen die Regel kennen und wissen, wie nahe sie der Grenze kommen können, ohne Ärger zu bekommen. Sie wollen wissen, was denn nun tatsächlich passiert, wenn sie die Grenzen übertreten. In ihren Augen ist Gottes Gesetz das genaue Gegenteil von dem, was Christus in der Bergpredigt verdeutlicht. Teenager neigen dazu, den Buchstaben des Gesetzes zu sehen und nicht den Geist. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind und die Herzenseinstellung ignorieren, die diesem Verhalten zugrunde liegt, laufen wir Gefahr, genau zur scheinheiligen Haltung der Pharisäer zu ermutigen, womit Christus in seiner Predigt konfrontiert. Es kann uns dann passieren, dass wir Kinder großziehen, die mich mit den Lippen ehren, aber ihr Herz ist fern von mir. Viertens. Junge Leute neigen nicht dazu, mit einer endzeitlichen Perspektive zu leben. Eine Lebenseinstellung, die göttliche Verantwortung in unsere Sexualität bringt, ist in der Ewigkeit verwurzelt. Doch für Teenager ist die Ewigkeit weit weg und irrelevant. Teenager sind Experten, wenn es um sofortige Belohnung geht, nicht aber, wenn es um langfristige Ergebnisse handelt. Demzufolge besagt die Botschaft des Vaters an seinen Sohn in den Sprüchen. Denk daran, Junge, es gibt mehr als das Hier und Jetzt. Erlaube den momentanen Versuchungen nicht, dich zu täuschen, sodass du vergisst, dass es weitergeht. Was du jetzt sähst, wirst du später ernten. 5. Teenager tendieren dazu, auf eine einzigartige Weise empfänglich für sexuelle Versuchungen zu sein. Kein Thema bekommt in diesem Teil der Schrift mehr Aufmerksamkeit als dieses. Sprüche Kapitel 5 und 7 widmen sich ausschließlich diesem Thema. Während der Teenager-Jahre sehen und fühlen unsere Kinder Dinge, die sie nie zuvor gefühlt oder gesehen haben. Oft fehlt es ihnen aber an Reife, mit diesen Erfahrungen in einer göttlichen Art und Weise umzugehen. Diese fünf Charakteristiken weisen uns darauf hin, was den Teenager letztlich in Momente sexueller Versuchung bringt. Wenn wir diese fünf erwähnten Charakterzüge ehrlich unter die Lupe nehmen, dann sollten sie uns nicht darauf hinweisen, wie sehr wir uns von Teenagern unterscheiden, sondern darauf, wie sehr Teenager uns gleichen. Jeder von uns weiß, wie es ist, blind zu sein gegenüber den Problemen des Herzens, nur für den zu weisen. Dies sind Probleme der gefallenen Natur, nicht nur die einer bestimmten Lebensphase. Auf dieser Ebene können wir unseren Teenagern demütig die Hoffnung des Evangeliums bringen, anstelle eines harten Urteils, das dann folgt, wenn wir vergessen, wer wir selber sind. Ein biblisches Sexualmodell Was genau sollen unsere Kinder über ihre Sexualität verstehen? Vier Dinge sind entscheidend in einem christlichen Modell. Sex ist eine Schlüsselposition, durch die eine Person Anbetung zum Ausdruck bringt. In Römer 1, die Verse 21-27 wird Sex zum prinzipiellen Ausdruck dessen, was das Leben einer Person wirklich beherrscht. Sexuelle Sünde ist von sich aus Götzendienst, das bedeutet, sie wird zu einem Ort, an dem wir uns weigern, zu Gottes Ehre zu leben. Sie wird eher durch das sündige Verlangen des Herzens bewegt, als durch den Wunsch nach Gottes Prinzipien, und seinem Wohlgefallen zu leben. Entweder eine Person unterwirft Herz und Körper dem höheren Plan Gottes oder benutzt sie dazu, um Vergnügungen zu haben, wann und wo immer sie es will. In diesem Fall vertauscht diese Person den Schutz und die Freiheit der Wahrheit Gottes mit einer Unzahl selbstdienlicher Lügen lügen. Unsere Teenager müssen das Leben als Anbetung sehen. Entweder leben sie im Bund mit Gott, indem sie auf seine Versprechen hoffen, seinen Geboten gehorsam sind, sich auf seine Gnade verlassen und seine Ehre anstreben. Oder sie leben im Bund mit Götzen, indem ein Teil der Schöpfung den Schöpfer ersetzt hat und sie für persönliches Vergnügen und die eigene Ehre leben. Traurigerweise unterhalten sich nur wenige Eltern oder Jugendleiter auf dieser Ebene mit Teenagern. Wo diese entscheidende Perspektive fehlt, wird die Schrift zu einem Notausgang für die Zukunft und einer Liste von Geh- und Verboten für die Gegenwart. Das Leben des Christen wird beschnitten auf eine scheinheilige Religion mit dem Motto Tue das und gefalle Jesus. Letztendlich leben menschliche Wesen eine von zwei Identitäten aus. Ich bin autonom und das Maß aller Dinge oder ich bin erschaffen und abhängig von Gott. Die Frage, die dem menschlichen Denken, Verhalten und Motivationen zugrunde liegt, ist die, werde ich meine Identität als Schöpfung Gottes ausleben oder werde ich mir selbst zum Gott mit keinem höheren Ziel als meine eigene Befriedigung. In 1. Korinther 6 verankert Paulus seine ganze Diskussion über sexuelle Unmoral in der Identität des Gläubigen Er stellt vier Aspekte der Identität eines Christen heraus, die wunderbare Grenzen für Sex und jeden Lebensbereich bieten. 1. Ich bin ein Diener Christi. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Vers 12 Christus hat seine Kinder von den Fesseln an die Begierden der sündigen Natur befreit, nicht zu einer ich-bezogenen Freiheit, sondern zu der wunderbaren Freiheit, die sie nur finden, wenn sie ihre Gebundenheit in ihm akzeptieren. Unser Sexualleben drückt entweder eine fröhliche Unterwerfung unter Christus aus, oder die Treue zu einem anderen Herrn. Zweitens ich bin ein ewiges Wesen. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Diese Welt ist nicht alles, genauso wenig sind ihre Leiden oder Vergnügen es wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Eine Hoffnung auf die Zukunft verändert den Blickwinkel eines Christen in Zeiten der Belastungen, Gelegenheiten oder Verantwortungen. Erlebt geduldig in dem Bewusstsein, dass jedes Opfer, das er bringt, Ewigkeitswert hat. Drittens Ich bin eins mit Christus. Erster Korinther 6 Vers 14 Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm? Erste Korinther 6 die Verse 15 und 17 Im Grunde sind Gläubige mit Christus in einer unzertrennlichen Einheit verbunden. Da unser Geist eins mit ihm ist, gehört auch unser Körper Christus, damit wir mit unserem Leben ganz praktisch den Willen Christi ausdrücken. Unabhängigkeit ist eine Täuschung. 4 Ich bin das Eigentum Christi und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist die Gott gehören. 1. Korinther 6 die Verse 19 bis 20 Gott hat uns erkauft, als wir gehören ihm, wir gehören nicht uns selbst. Petrus sagt, ihr aber seid ein Volk des Eigentums. Unsere Pflicht und Freude ist es, unserem Besitzer zu gefallen. Können sie erkennen, wie eine biblisch gesinnte Identität zu einer mächtigen Verteidigung gegen jugendliche Lüste werden kann? Unglücklicherweise sprechen nur wenige, die mit Teenagern arbeiten, das Problem auf dieser Ebene an. Wenn wir aber nicht genau das tun, werden sich Teenager auf die weltliche Definition von Identität einlassen, in der biblische Moral und die anbetungsvollen Opfer, die sie verlangt, keinen Sinn mehr ergeben. Das ist der Grund, warum wir als Eltern ein höheres Ziel haben sollten, als unsere Kinder aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Wir sollten uns mit nichts geringerem zufrieden geben, als damit, dass sie seiner göttlichen Natur teilhaftig werden. Sex offenbart den Zustand unseres Herzens. In der Bergpredigt sagt uns Christus, dass es nicht reicht zu sagen, ich habe keinen physischen Ehebruch begangen, darum bin nicht rein. In Jesu Augen ist schon Lüsternheit ein Verstoß des Gebotes gegen Ehebruch. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass das sexuelle Verhalten einer Person den Zustand offenbart, der in ihrem Herzen regiert. Das ist der Grund, warum die Ablehnung von Gottes Offenbarung und Autorität zu allen möglichen sexuellen Sünden führt. Paulus macht dies ganz klar in Epheser 5. Die Person, die sexuell unmoralisch handelt, ist den Gedanken, Motivationen, Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen, Schätzen oder Götzen ihres Herzens leidenschaftlich ergeben. Aus diesem Grund reicht es nicht aus, zu versuchen, unsere Teenager von Schwierigkeiten fernzuhalten. Wenn wir damit äußerliche, physische Sünden meinen. Wir müssen unseren Teenagern helfen, sich den Sünden des Herzens zu stellen, die durch physische, sexuelle Sünden offengelegt werden. Sex offenbart, wie sehr ich Gnade brauche. Sex konfrontiert mich mit meinen Unzulänglichkeiten. In Anbedacht des göttlichen Standards von absoluter Reinheit muss ich mit Paulus sagen. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7, 18 Meine völlige Unfähigkeit Gottes Standard gerecht zu werden konfrontiert mich mit der Realität und Majestät seiner Gnade. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Ich kann Gottes Berufung zu sexueller Reinheit aus eigener Kraft genauso wenig erfüllen, wie ich mich selbst retten kann. Unsere jungen Leute müssen ihre sexuellen Kämpfe mit diesen größeren Themen des Evangeliums in Verbindung bringen. Wenn sie das tun, dann werden sie nicht nur Sieg erfahren, sondern sie können eine neue Abhängigkeit von Jesus und eine tiefere Liebe zu ihm entwickeln. Die Lügen von Selbstgenügsamkeit und Gerechtigkeit sind aufgedeckt, wodurch wir die Gelegenheit haben, Teenagern die Hoffnung des Evangeliums in einer Weise nahezubringen, die sie nie vorher begriffen haben. Erarbeiten von biblischen Zielen für Teenager und Sex In der letzten Zeit ist es sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche zu einem erneuten Interesse an Jungfräulichkeit gekommen. Christliche und gemeindliche Gruppen rufen Teenager dazu auf, Abstinenzverträge zu unterschreiben, indem sie sich zu Jungfräulichkeit bis zur Ehe verpflichten. Ich möchte ebenfalls, dass meine Kinder sich sexuellem Verkehr enthalten bis zur Ehe. Aber so ein Plan geht nicht weit genug. Zum einen führt es uns zu einer Definition von moralischer Reinheit, die weniger als biblisch ist. Physische Abstinenz ist nicht gleichzusetzen mit moralischer Reinheit. Moralische Reinheit ist eine Angelegenheit des Herzens. Wenn das Herz nicht rein ist, kann der Körper schon längst nicht reingehalten werden. Gott wünscht sich nichts so sehr wie das Herz seines Volkes. Wir können unseren Teenagern nicht erlauben, sich zurückzulehnen, weil sie den Buchstaben des Gesetzes gehalten, den Geist jedoch gebrochen haben, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ein zweites Problem, das sich aus diesem Abstinenzplan ergibt, ist, dass er die Beziehungen unserer Teenager zum anderen Geschlecht verzerren kann. Ist eine Beziehung mit körperlicher Enthaltsamkeit automatisch gottwohlgefällig? Eine Person könnte zum Beispiel Götzen verherrlichen der Ziele in einer Beziehung verfolgen und sich dennoch körperlich enthalten? Wir wollen nicht, dass unsere Teenager sich wohlfühlen in ich-bezogenen, manipulativen Freundschaften, nur, weil sie keinen Verkehr beinhalten. Lassen Sie mich die Oberflächlichkeit dieses Enthaltungszieles demonstrieren. Wenn man Abstinenz zum Standard jeglicher anderer Beziehungen machen würde, ergäbe das keinen Sinn? Zum Beispiel nur weil ich keine sexuelle Beziehung zu meinen Kindern habe, heißt das nicht, dass diese Beziehung gesund ist und dem entspricht, was Gott für sie vorgesehen hat. In diesem Fall ist die Frage der körperlichen Enthaltsamkeit so offensichtlich, dass man sie noch nicht einmal zu einem grundlegenden Standard machen kann, um die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu beurteilen. Dasselbe sollte für die Beziehungen zwischen Teenagern gelten. Abstinenz kann im besten Falle als Ausgangspunkt betrachtet werden, von dem aus sich die Freundschaften unserer Kinder aus biblischer Sicht einschätzen lassen. Ohne jeden Zweifel geht es hier darum, Grenzen zu setzen. Wo setzen wir in sexuellen Angelegenheiten unseren Kindern Grenzen? In Matthäus 5 die Verse 27 bis 30 legt Jesus den Gesetzeslehrern zur Last, dass sie die Grenzen sexueller Reinheit an die falsche Stelle setzen, nämlich dorthin, wo sie das Verhalten betreffen, wodurch sie den Sinn des Gesetzes letztendlich missverstehen. Christus setzt die Grenzen direkt im Herzen. Das ist die eigentliche Absicht des Gesetzes. Wir müssen die Grenzen dort setzen, wo Christus es tut. Sich nur an die körperlichen Grenzen zu halten, steckt das Ziel nicht hoch genug. Es sollte unser Ziel sein, innerhalb der Grenzen des Herzens zu leben und uns nicht mit kulturell populären Zielen zu Frieden zu geben, die menschlich erreichbar sind und zur Selbstgerechtigkeit ermutigen, ohne das Problem zu lösen. Wir müssen Gottes Standard aufrechterhalten und werden so sehen, wie der Geist die Herzen unserer Kinder zurückerobert. Ein Drei-Punkte-Plan kann unseren Kindern helfen. Es gibt drei Weisen, auf die wir unseren Kindern die biblischen Prinzipien in Punkto Sex nahe bringen können. Prävention Verantwortliche Erziehung unserer Teenager Wie wir schon gesehen haben, ist es wichtig, unseren Teenagern eine komplette biblische Perspektive zu geben, als Grundlage für eine praktische sexuelle Ordnung. Wenn ich mit Teenagern arbeite, betone ich folgende Prinzipien. Nummer eins Gott ist der Schöpfer und es ist wichtig, seinen ursprünglichen Zweck für alle Dinge zu verstehen. Zweitens Menschen sind Gottes Geschöpfe und ihm deshalb verantwortlich für alles, was sie sind und tun. Das Ziel des Lebens ist es, zu seinem Wohlgefallen und seiner Ehre zu leben. Nummer drei Menschen sind einheitliche Wesen. Sünde ist sowohl geistlich als auch körperlich, sowohl eine Angelegenheit des Herzens als auch des Verhaltens. Nummer vier Das Leben ist Anbetung. Alles was ich tue drückt Anbetung aus, entweder gegenüber Gott oder etwas anderem. Die tiefsten Fragen des menschlichen Lebens beziehen sich nicht auf meinen Schmerz oder meine Freude, sondern auf meine Anbetung. Dies wiederum bestimmt ganz grundlegend meine Lebensanstellung. Nummer fünf Gottes Weg, egal wie schwer er auch sein mag, ist immer der Beste. Wie der Psalmist sagt, sind alle wegen des Herrn richtig und wahrhaftig, während mancher Weg, der einem Menschen richtig erscheint, doch am Ende zum Tod führt. Ich werde nicht immer verstehen, inwieweit Gottes Weg der Beste ist. Das ist der Grund, warum ich ein Herz brauche, das sich demütig seinen Geboten unterordnet und einen demütigen Glauben an seine Verheißung. Nummer sechs Da das Ziel des Lebens darin besteht, Gottes Willen zu folgen und zu seiner Ehre zu leben, gibt es für mich immer einen höheren Plan als momentanes persönliches Vergnügen. Nummer sieben Jesus Christus kam nicht nur, um uns von der ewigen Verdammnis zu retten, sondern auch, um uns von der Sklaverei der Begierden unserer sündigen Natur zu befreien, sodass wir unter der Herrschaft des Geistes leben können. In den folgenden Punkten können wir die praktischen Auswirkungen hinsichtlich der Sexualität von Teenagern sehen. Nummer eins Gott hat Teenager nicht dazu auserlesen, Opfer zu bringen und zu leiden. Vielmehr fordert er sie auf, die Freude und den Segen zu erfahren. Welche darin zu finden sind, ihm in den täglichen Angelegenheiten zu dienen. Nummer zwei Da Gott unsere Körper und Sexualität geschaffen hat, werden wir diesen Teil des Lebens nie richtig erfahren, bis wir seinen Plan und sein Ziel verstehen. Nummer drei Gottes Plan sieht vor, dass wir innerhalb seiner Grenzen diesen Bereichen ohne Doppelwertigkeit oder Scham genießen. Nummer vier Da wir einheitliche Geschöpfe sind, ist unsere Sexualität nie isoliert von anderen Bereichen. Sex ist niemals nur ein körperlicher Akt. Es ist immer auch eine Angelegenheit des Herzens. Es reicht nicht aus zu fragen, ob eine Person schon Sex hatte. Wir sollten auch nach den Wünschen, Motivationen, Motiven und Gedanken fragen, die ihre Haltung in Beziehungen hervorbringt. Nummer fünf Wir müssen die Gedanken und Motive unseres Herzens in Bezug auf Sex immer genau betrachten. Habe ich die sexuellen Lügen und Götzen der Kultur um mich herum für mich akzeptiert? Nummer sechs Der Umgang einer Person mit Sex sollte immer geprägt sein von den ersten zwei Geboten, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wiederherstellung Seelsorgerliche Betreuung von Teenagern, die Sex falsch angewendet haben. Um mit Teenagern zu arbeiten, die in sexuelle Sünde gefallen sind, schlage ich diesen Schritt für Schritt Seelsorgeplan vor. Erstens erarbeiten sie eine Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit. Der gesamte seelsorgerliche Prozess wird ohne diese Verpflichtung zusammenbrechen. Nummer 2 Sammeln sie vorsichtig spezifische Fakten ohne peinlich berührt zu sein. Vergewissern sie sich womit sie es zu tun haben. Stellen sie keine ungerechtfertigten Vermutungen an. Nummer 3 Bewegen sie sich immer in Richtung Herzensangelegenheiten. Konzentrieren sie sich nicht ausschließlich auf das schockierende Verhalten und seine Konsequenzen. Gehen sie auch auf die Grundprobleme ein. Nummer 4 Machen sie die Einflüsse im Leben des Teenagers kenntlich. Wer beeinflusst ihn? Was sagen diese Menschen? In wie weit hat der Teenager diese Perspektiven zu seinen eigenen gemacht? Nummer 5 Fordern sie den Teenager auf, im biblischen Sinne Buße zu tun. Was bedeutet das Herz zu zerreißen? Wo wurde Gottes Wahrheit durch eine Lüge ersetzt? Wo wurden Anbetung und Dienst für Gott ausgetauscht gegen Anbetung und Dienst für etwas anderes? Führen sie den Teenager durch folgende Schritte der Buße. Überlegung Die Bereitschaft, mein sexuelles Leben im Licht der Schrift zu betrachten. Bekenntnis Verantwortung zu übernehmen für meine sexuelle Sünde vor Gott und in seiner Vergebung zur Ruh. Verpflichtung Die Entschlossenheit durch die Kraft Gottes, ein neues Leben im sexuellen Bereich zu führen. Veränderung Veränderungen erarbeiten, die mein sexuelles Leben nach Gottes Willen umgestalten und konkrete Pläne zur Verwirklichung derselben. Nummer 6 Identifizieren Sie Situationen ständiger Versuchungen und machen Sie Pläne für den Umgang damit. Siebtens Erklären Sie dem Teenager was biblische Freundschaft heißt. Erklären Sie Gottes Plan für Freundschaften und ermutigen Sie den Teenager, dass die erste zwei Gebote für jede Beziehung gelten. Nummer 8 Wenn Sie einem Teenager, der in sexuelle Sünde verwickelt war, helfen, wieder zurecht zu kommen, dann vermeiden Sie bequeme Verallgemeinerungen. Seien Sie direkt, konkret und spezifisch in Ihren Fragen und Ihrem Rat. Neuntens Lassen Sie Ihren Plänen einen Ausgleich zwischen dem Ablegen und Anziehen erkennen. Gerade im sexuellen Bereich betonen wir oft das Ablegen Du darfst keinen Sex haben, ohne dem Teenager einen positiven Plan für das Anziehen zu geben. Was sind nun einige praktische göttliche Ziele für die Beziehung eines Teenagers zum anderen Geschlecht? Strategie Hilfe für Teenager, ihre Beziehungen gottwohlgefällig zu planen. Angesichts der widersprüchlichen Botschaften, die Teenager bekommen, müssen wir ein klares Verständnis von dem Willen Gottes bieten und ihnen zeigen, was diese Prinzipien mit ihrem täglichen Leben zu tun haben. Ihre Bemühungen sollten folgendes beinhalten. Erstens geben sie Teenagern eine biblische Sicht von Beziehungen, die zu einem positiven, praktischen Plan von Gott wohlgefälligen Freundschaften führt. Machen sie das Beste aus Gelegenheiten, die sich ergeben, wenn der Teenager über Schwierigkeiten in Beziehungen redet, denn diese Momente sind selten. Ergreifen sie die Initiative, um den Teenager aus der Reserve zu locken. Zeigen sie ihm durch Verständnis, dass man keine Angst vor Ehrlichkeit haben muss. Und geben sie ihre eigenen Verfehlungen ehrlich zu. Weisen sie dann auf die Schönheit von Gottes Norm und Vergebung hin. Zweitens ermutigen sie andere Eltern zu der Verpflichtung, ehrlich und kontinuierlich mit ihren Teenagern über Sexualität zu reden. Eltern müssen die Verantwortung übernehmen, diese Konversationen aufrecht zu erhalten. Lehren sie Eltern, ehrlich und ohne falsche Scham oder Scheu zu sein, bereit die nötige Zeit in eine dauerhafte und ehrliche Freundschaft mit ihren Teenagern zu investieren. Zeigen sie ihnen, wie sie sich selbst hinterfragen können, was sie ganz speziell für oder gegen eine solche Freundschaft tun. Drittens lassen sie das Thema Versuchung nicht zur Ruhe kommen. Seien sie sich darüber im Klaren, wo ihr Teenager in Versuchung steht und wie er damit umgeht. Machen sie konkrete Pläne, den zukünftigen Versuchungen zuvor zu kommen. Viertens ermutigen sie Teenager, Beziehungen auf lange Sicht zu sehen. Fangen sie mit der Perspektive einer Ehe an, die Gott verherrlicht und arbeiten sie sich zurück, statt sich auf die Freuden und Leiden des Augenblicks zu konzentrieren. Welche Schritte müssen jetzt unterkommen? Welche Gewohnheiten entwickelt und welche Dinge beendet werden, um mich für Gottes Plan vorzubereiten, der das Beste für mich vorsieht? Bringen sie Teenagern bei, ihre Beziehungen vom biblischen Standpunkt des Sehens und Erntens zu beurteilen. Zu was für einer Ernte wird der jetzige Same in ihren Beziehungen führen? Was ist unser Plan, wenn wir uns mit Teenagern und Sexualität befassen? Wir wollen realistisch sein in Bezug auf das, wer wir sind, in Bezug auf die Welt, in der sie leben, in Bezug auf die widersprüchlichen Botschaften, die sie hören, und unsere eigene Doppelwertigkeit, wenn es um Sex geht. Am meisten aber wollen wir uns vergewissern, dass unser Realismus die Hoffnung des Evangeliums widerspiegelt. Diese Hoffnung motiviert und prägt unsere Arbeit mit Teenagern. Der Apostel Petrus drückt dies sehr passend aus, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 4. Wenn wir uns mit etwas Geringerem zufrieden geben, im sexuellen Leben unserer Teenager, leugnen wir das Evangelium und versagen in unsere Berufung. Gottes Instrumente der Veränderung in ihrem Leben zu sein. 2. 2. 2. 2. 2. 3.